Hier wird's schon hoch. Ziemlich fraglich, da kann ich jetzt nicht hochklicken. Oh, dein Ernst jetzt? Aus der Welpen? Ja, auch nicht. Das ist keine Weile dran. Die 99 Welpen wurden überall vielen Welpen verstreut. Als hier die Welt zerstört wurde, finde sie und rette sie. So, das ist quasi mit einer Mini-Aufgabe. Die Welpen suchen. Von den 100... 101 Tematino. Kann ich nicht schlagen. Es kommt gleich wieder Gegner. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 Kann ich hier rein? Hintergasse, ja, da kann ich rein. Nee, da wollte ich nichts draufhauen, ich wollte auf die Herzen holen. Wollte ich verarschen jetzt? Die sehen so riesig aus. Wenn ich mir jetzt so reingucke. Das ist ja irre. Wo ist denn wegen der Kameraeinstellung? Leon, Herr Leon, wo sind sie? Da hinten muss ich dann später rein, auf jeden Fall. Wer denkt, der geilste Gimmicks in Kingdom Hearts ist natürlich das Flugzeug, ist ja klar. Dass man das dann später so aufrüsten kann, wie man das möchte. Mega. So, das haben sie leider in Kingdom Hearts 2 dann nicht mehr rein gebaut. Dass man quasi das Schiff so bauen kann, wie man das möchte. mit Raketen und Laser und die ganzen... Was es da nicht alles gibt. So, jetzt haben sie dann bei Kingdom Hearts 3 wieder reingesetzt. So, wieder reingebautes Feature. Sehr, sehr, sehr gutes. Natürlich ist diese Grafik in Kingdom Hearts 3 ein bisschen... Ein bisschen viel besser als das. Ach man, komm her. Ich könnte ruhig mit den anderen Gegner kommen. Beziehungsweise überhaupt andere Gegner kommen, weil... die ganze Zeit eben den Erfahrungspunkt zu bekommen, ist auf Dauer echt mittelnervig. Dann wird angezeigt, wieviel Talascha. 127. Osterwelpen. Kann ich... Ich glaube ich kann nicht schreien. War das irgendwie so, dass ich hier rein kann? Ich glaube ich irgendwo in die Kiste versteckt. Ach, da muss er doch. Ein bisschen hab ich mir gemerkt. Auf jeden Fall. Verschlossen. Diamant. Hm... Das muss ich überlegen. Wie war denn das? Wie war denn das? Auf alle Fälle irgendwann später dort hinten rein. Das ist glaube ich ganz wieder am Anfang. Zu dem Hauptplatz. So. Und nach dem Stück... Also... Je nachdem wieviel man hier findet. Da muss man ja... in die Welpen rein hier drin rum. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es 99 Welpen sind. Und nicht 101. Ich weiß... Es sind zwar... Also... Man findet... meistens immer 3 Welpen. Hier muss ich rein. Genau. Hier muss ich rein. So. Und es klappt natürlich nicht mit 100... Mit 101 der Matiner. Wenn man halt immer 3 findet. Ich muss auch... Irgendwann... Irgendwann ist das Geld auch egal. Was man hier dafür... Was man hier dafür bekommt. Nein! Ich wollte nicht rausgehen. Im Glück tun die nicht gleich Respawn. Hier ist noch keiner. Ich muss alle Fälle runter. Alles klar. Hi Boys! Hier war das wahrscheinlich... Ah ok. Hier war das wahrscheinlich... Ah ok. Dann war das doch wahrscheinlich was anderes. Oh... Guckt euch da an, ja? Susi und Freusch. Sehr hübsch. Sehr sehr hübsch. Und hier haben wir wieder ein blaues. Aua. Das hat weh. Das ist geschlossen. Das ist geschlossen. Das ist geschlossen die Gesellschaft. In der Flamme. Da kann ich noch nicht rein. Das ist geschlossen. Das ist geschlossen. Wann ich dich nicht mit haben? Mach dich schon... Der macht mich schon... ein bisschen sauer. Gut, ich kann schon nichts machen. Doch nicht. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück zum Hauptfeld. Boah. Ich hab vor uns erst irgendwas mit 27 gehabt, also 127. Jetzt hab ich schon so viel. Ob es eine Kiste ist, da kann ich dann später irgendwie hinspringen. Äh, die sind jetzt so rüberherzlose? Okay. Herr Stax. Ja, komm mal. Den, den, den. Hm, aktuell stelle ich bisschen auf den Schlauch, wie es weitergeht. So ein bisschen. Ah, der hinten ist auch noch ein blaues Zeichen. Ja, rein, den ich hab gedacht. Ich muss bei Ost. Komm ich dort hin, komm ich durch hier und dann hilft Donut und Goofy mir. Oder halt andersrum. Aber anscheinend war das nicht so. Hm, das ist zum Glück komisch. Auf jeden Fall. Willkommen. Hm, ja. Ich werd was kaufen. In Ordnung. Okay, hab ich schon alles. Jetzt kann ich verkaufen. Stimmt, ich kann das ausrüsten. Die Kette. Ich weiß nicht, warum er sagt mir das denn, genau. Abwehrsteig geringfügig. Abwehrsteig geringfügig. Hab ich jetzt noch nichts. Wir werden genug zahlen verdienen, um selbst auf Formzoll zu gehen. Und so wird er so. Gern. Jetzt gehen wir mal hoch zu Sid. Ja, wir sollten ja fragen, wenn wir nicht weiter wissen. Wir haben ihn doch nicht gefunden. Kopf hoch so. Aber man sieht doch, zieht sich noch einmal in der Stadt um. Gehen wir ein bisschen. Ich will hinkaufen. Okay. Abwehr und was der Fleißring. Maximal AP steigen. Geringfügig. Okay, AP bringt mir ja nichts. Weil ich noch keine habe. So. Blitz. Eis. Feuer. So, das sind alles dann Attacken, die wir dann noch kriegen. Warten wir mal. Gehen wir ein bisschen. Haben wir noch nicht gefunden, dass wir in der Stadt weiterhoben. Cool. Danke. Das ist genau der Tipp, den ich wollte. Danke, Sid. Du hast mir extrem geholfen, Junge. Danke. Die tauchen einfach aus dem Nichts auf. Wer bist du? Und sie kommen immer wieder auf dich zu. Solange du das Schlüsselschwert schwingst. Aber warum? Warum sucht es sich ein wie dich aus? Hey, was soll das heißen? Ach, vergiss es. Zeig mal das Schlüsselschwert her. Was? Das kannst du dir abschminken. Bitte. Ganz wie du willst. Nichts schweig. Ach, das ist schweig. Kannst du dir abschmen. Die Sache ist ja, kann ich gewinnen, also muss ich gewinnen und muss ich nicht gewinnen. Hey, du hast es gefunden. Sehr gut, Leon. Trotzdem scheint alles schlimmer zu sein, als wir dachten. Viel schlimmer. Donnerwetter ist völlig verlassen hier. Ganz schön gruselig. Unschuldigung, das ist nicht gruselig. Entschuldigung, hat euch der König geschickt? Komm schon, Faultier. Wach auf! Alles okay? Glaub schon. Die, die dich da angegriffen haben, sind hinter dem Schlüsselschwert her. Aber eigentlich wollen sie dein Herz, weil du das Schwert schwingst. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Kairi. Kairi? Wen meinst du? Ich bin die süße, kleine Juffi. Hm? Hast es wohl ein bisschen übertrieben, Squall. Ich bin Leon. Das Schlüsselschwert. Ja, wir mussten es dir wegnehmen, um diese Typen loszuwerden. So haben sie dich übrigens auch aufgespürt. Nur so konnten wir dein Herz vor ihnen verbergen. Das funktioniert aber nur für kurze Zeit. Ist trotzdem kaum zu glauben, dass du von allen der Außerwählte bist. Naja, wer arm dran ist, kann nicht wählerisch sein. Könnt ihr nicht mal Klartext reden? Was ist hier los? Ihr wisst, dass es neben eurem Schloss und dieser Stadt noch viele andere Welten da draußen gibt, oder? Aber das sollte doch ein Geheimnis sein. Das war es auch, weil es zwischen ihnen keine Verbindung gab. Bis jetzt. Als die Herzlosen auftauchten, hat sich alles verändert. Die Herzlosen? Die dich angegriffen haben, weißt du noch? Die, die kein Herz haben. Die Dunkelheit im Herzen der Menschen, das zieht sie an. Und es steckt Dunkelheit in jedem Herzen. Hey, hast du mal von einem Typ namens Ansem gehört? Ansem? Er hat die Herzlosen erforscht. Und er hat alles genau in einem Bericht aufgeschrieben. Donnerwetter. Äh, dürfen wir mal sehen? Die Seiten sind überall verstreut. Verstreut? Über viele verschiedene Welten. Oh, dann sucht der König vielleicht danach. Ja, genau das glaube ich auch. Wir müssen ihn schnell finden. Warte. Du brauchst nur für den Schlüssel. Genau. Das Schlüsselschwert. Also, das ist der Schlüssel. Ganz genau. Die Herzlosen fürchten das Schlüsselschwert. Deswegen sind sie auch wie der Teufel hinter dir her. Ich hab nicht darum gebeten. Das Schlüsselschwert erwählt seinen Meister. Pech für dich. Tja, so sieht's aus. Wie ist das alles passiert? Ich weiß noch, dass ich in meinem Zimmer war. Moment mal. Was ist mit meinem Haus? Meiner Insel? Riku? Kairi? Ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung. Mann, 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 Mann. Die sind ja auch Serede. Wir haben das Schlüsselschwert. Schwere, dass wir fast alles öffnen können. So auf andere Schatztruhen und Schlüssel stoßen. Probier's aus. So, wir haben wieder. Falscher Punkt. Den Speichern ist wichtig und richtig. Das ist gefährlich da draußen. Geh nicht raus. Geh nicht da raus. Wir werden dich die Arztlosen finden. Dann solltest du dich drauf vorbereiten. Ich vorbereiten. In dem zu kämpfen bist du bereit. Ich bin bereit. Juffi, wir sollten zu... ...Häritz rüber gehen. ...die inzwischen mit den anderen Besuchern da sein. Leon. Juffi, los! Juffi! Zora, gehen wir! Wurde ich nicht um die kleinen Fische. Hände den Anführer. Gehen wir. Ich mach's trotzdem. Komm schon! Aua! Das Geld, das nehme ich gerne mit. Viel Geld. Das war immer euer Reins. Aber hey, ich sag mal so. Ich nehme das Geld an. ophobia-Duck. Da! Das macht es. Das ist mir kläb. Ich fühle mich. Mach es davon mal. Von Hershey in. Ich sage es sogar alles. Na, komm. Hallo. Die nehmen das Geld an. Die großen Bleiben sind nicht mehr da, damit man schön draufhauen kann. Schön draufhauen. Wend doch nicht weg, mein Kleiner. So, wie werden wir da den Nostei gehen? Ist aber nur Tür, alles klar. Hi, Boys. Hi, die haben wir ja schon gesehen. Wir können quasi schon mal die Tür öffnen. Und schnell davon nachher nach B zu kommen. Warum wir halt nicht immer so einen Umweg laufen? Also, mit demись Untertitelung des ZDF, 2020